auch ein sehr altes spiel ich früher schon mal gespielt habe So, schauen wir uns mal. Na komm, zeig mir ein Gewinnplan. Ja, auch schon lange her, wo ich das gespielt habe. Ja, dann schauen wir mal, ob wir hier mal Freispiele sehen. Na, wo bleiben die Skater? 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 Oh, schön direkt im ersten. Oh, schade, es wären 45 Euro, wenn da noch die Frau gewesen wäre. Das Ass. Und schauen wir mal. Ach, zwei geben schon weitere Free Games. Genau. Das war das Schöne eigentlich bei dem Spiel, dass man zwei Skater braucht, um weitere Freispiele zu kriegen. Das war das Schöne. Hoi, nochmal. Da kann man noch eine Verlängerung. Na, immerhin 27 Euro. So, schauen wir mal weiter. So, schauen wir mal. So, schauen wir mal. So, schauen wir mal. Vielen Dank. das mal auf 40 10 vielleicht vier wären acht euro gewesen schade ich wechsle immer spiel spiel für den ganzen monitor im 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 Untertitelung. BR 2018 Ja klar, wo der Goldene offen ist, direkt die Mumie. Jetzt wäre es schön, wenn Kleopatra mal so in der 3er Formation hier käme. So, weiter geht's. So, weiter geht's. So, weiter geht's. Bring noch mal die Kleopatra, wo sie offen ist. Und? Jo. Auch nicht schlecht. Ah, die Kleopatra bleibt sogar offen. Jetzt bin ich mal gespannt. Da noch mal was passiert hier. So, weiter geht's. Das ist leider keine 5er Linie gewesen. Boah. Boah. Muss mal kurz einen Break machen. So, schauen wir mal. Und Mama? Durch. Schade. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020